Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Daisy Standalone Und ja, hier sind wir, stehen hier ganz allein Also ist es mal was anderes, nämlich ein Single Foreground und so Ohne jemand anderes Muss ich erstmal schauen, ob das nicht zu sehr leckt Ich habe jetzt die Grafikeinstellung ein bisschen höher gestellt Wir sind hier beim Valuta Airfield unten, natürlich in der Stadt von Valuta Mein Name ist Valuta Ja, wir waren, äh, schon länger Zeit haben wir nicht mehr aufgenommen Jetzt nehme ich mal wieder auf, dann würde ich sagen, looten wir gleich nochmal das Airfield Und dann wollte ich mich auf den Weg machen Warte Mosenschuss Nehmen wir einfach mal mit Ähm, wollte ich mich auf den Weg machen Richtung Militärbasis Und ja, mal schauen Ich höre hier ein Zombie Ich sehe, ich habe noch keine Axt Das ist äußerst ungünstig Äh, hallo, danke Mal schauen, ob das was nützt Ich weiß gar nicht Ich habe Tommys Batterien, glaube ich, mal genommen Oh Äh, ja, die funken noch Irgendwelche Batterien hatte ich mal Aber jetzt Ein Schlag und jetzt funken die nicht mehr Scheiße Also ich brauche unbedingt eine bessere Waffe Auf jeden Fall eine Nahkampfwaffe So, das ging jetzt noch Aber Am Airfield wird es nicht nur eins von mir geben, der auf uns zukommt Und undauernd schießen will ich ja natürlich auch nicht Also ja, wie gesagt Der Janik möchte nicht mehr Ähm Und so Er wollte dann abtreten Sein Amt Äh, sozusagen hier als Mitglied Ja, weil er auch gesehen hat Da gab es negative Äh, ja Situationen Für ihn Und ja, kann man nicht ändern Aber ihr sagt es so Wenn ihr das sagt Dann Ja, ist es halt so, ne Und darum Wird er dann nicht mehr mitmachen wollen Äh, sondern nur noch so mit mir spielen Und ja Wisst ihr Bescheid So Ich wechsle mal halt, wie gesagt, hier auf den Grün Rucksack Bisschen geordnet da jetzt Dadurch Wird schon gehen, so Hoffentlich Also ein paar Spieler sind hier natürlich drauf Ich habe jetzt so ein Eher einen Loot-Server genommen Weil einfach Warte Das trinke ich mal jetzt so Weil ich einfach jetzt erstmal auch ein bisschen noch looten möchte Ich möchte auch weiterkommen So ein bisschen Wie soll ich sagen Jetzt nicht nur auf Fights aus Bin, sondern Vor allen Dingen alleine nicht Sondern jetzt einfach nur hier so ein bisschen spazieren möchte Labern möchte Und Dabei ein bisschen looten Na klar gibt es immer die Gefahr Auf dem Airfield, dass jemand da ist Hier sehen wir die Spielerliste Ganz Leer ist er ja nicht Ja, ich habe 16 FPS Also wenn es jetzt nicht so ganz flüssig ist YouTube macht es ja immer ein bisschen flüssiger als das Als ich es hier so spiele jetzt gerade Das ist das Gute Für euch Für mich Bleibt es so oder so Aber ja Also wie gesagt Looten wir jetzt noch schnell das Airfield Und dann geht es hier Richtung weiter Militärbasis Mal schauen, was auf uns wartet Ich hoffe jetzt nicht Allzu schlimme Dinge Weil Das habe ich jetzt eigentlich nicht vor Aber man weiß ja nie Wie gesagt Beim Airfield Da kann es ja ganz schnell gehen So, wir haben eine SKS Mit einem PO-Scope Allerdings ist das PO-Scope Glaube ich damaged Wir haben eine Polizeihose hier UK Assault West Haben wir schon hier So eine Jacke Die allerdings glaube ich Damage aussieht Irgendwie Ja, genau So Wollen wir mal Eine Airfield-Loot-Folge Kann man sagen Versuch es schnell zu machen Erstmal hier ein bisschen Die Gegend abchecken Ob auch Ob wirklich alles clear ist Und erstmal hier Kann ja auch mal Eine UK Assault West Oder sowas In der Art liegen Vielleicht finde ich eine bessere So Es scheint aber schon offen zu sein Wenn ich mich nicht irre Also die Tür sowieso So, aber Ich war noch die Gefängniszelle Die war ja meistens noch zu Äh Jo Ja Ich höre es leider nur an meinem Rechten Norden-Zombie So eine Schiete Naja gut Äh Wollen wir mal hier erstmal Bisschen erkunden Im Wald lauern sie ja auch Manchmal ganz gern Und snipen Und ich höre schon in 2 Meter Auf uns natürlich zukommt Wie ne Wurscht Äh Ja Natürlich treff mich So Hier erstmal sterb 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 Da kommt noch ein Zombie Wie geil ist das denn bitte Jetzt bluten wir natürlich Wer ist da gegenlad? Okay da ist noch reingefallen Du auch Was doch behindert sowas Mir fällt doch mal um Ach natürlich Mein leckes Pain Das ist auch mal geil Aber mit 2 Zombies Und das macht so wenig Schaden Das doch behindert 1000 Headshots Und da liegt jetzt endlich Ach danke Ei 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 Hat er natürlich ruiniert Damage Die sind ruiniert Die können weg Auch wieder unauffällig gewesen Natürlich dadurch Scheiß War mies ey Ja Müssen wir uns weiter hydraten Um zu heilen Glaube ich Machen wir das mal Kartoffel Gleich kommen wir natürlich Zu den Dosen Kein Problem So eine Wasserflasche Haben wir auch Das ist gut Können wir auch so machen Eigentlich Hopp Auf dem Airfield werden wir sicherlich noch mehr Sprites oder so Was ähnliches finden Jetzt brauchen wir natürlich Neue Jacke dadurch Und das wären auch Schneeke Wenn da eine bessere Gnarkampfwaffe wäre Das wäre echt schon Schäbig gewesen Elektroschocker Nützt halt nur Wenn man auch Batterien hat Da liegt eine Rose Summer Hunter Pens Gönnen wir uns mal Würde ich sagen Hier eine Longhorn Haben wir ja Mosinschuss Habe ich ja auch gefunden Das ist gut Können wir also auch Ein bisschen Snipern Sozusagen Wartet mal So Und so Haben wir in der Longhorn Eine Einschuss Ne Natürlich nicht Aber wir haben ja welche gefunden So Muss mal kurz jemand Zurückschreiben So Jetzt können wir auch ein bisschen Reinscopen und so alles Eieiei Wackelt das Der Charakter ist Schon wieder kalt Scheint so Jetzt würde er nicht so rumwackeln So Tower Sieht erstmal alles clear aus Aber wer weiß Lass uns rüber gehen DSKs in die Hand Danke Querfeld ein Und Go Alles oder nichts Alles oder nichts So Wollen wir mal looten Hier haben wir solche Boots Was haben wir Ja Kommt schon Scheiß drauf Zehn Minuten haben wir schon verschwendet Und jetzt fangen wir erst ab Zu looten Das Ja Zombies haben genervt Und so weiter Muss ich natürlich ein bisschen mal achten Mit den Framerates Das ist nicht so easy 9mm Munition Military Boots Das war's schon Nehmen wir mal mit Für die MP5 Die zukünftige Hustust Welche Military Boots sind das Beige Worn Nehmen War Aber keine Nahkampfwaffe Leider noch Da waren wir auch schon drin Okay Und geht's weiter Erste Hangar Wie viel sind hier drauf Immer noch so ungefähr Mit den Framerates Es ist schwierig Sachen zu finden Das sind so kleine Stockerbilder Und dann Es ist noch schwieriger Halt Wie gesagt Ich hoffe ich Übersehe jetzt nix Scheint aber Gar nicht zu liegen Irgendwie Okay Übrigens Also was Neues Auf dem Kanal Was ich noch Was ich noch bringen möchte Ist unter anderem Dying Light Die Koop Kampagne Mit Ein paar anderen noch Leuten Weiß ja nicht Kann man glaube ich Zu fort spielen Oder Wie ist das gewesen Dying Light Könnt ihr ja mal googeln Falls ihr es nicht kennt Das ist schon So ein Heftiges Spiel Auf jeden Fall Auch mit Zombies zu tun Jetzt nicht so wie DayZ Kein Survival Game Oder so glaube ich Sondern eher Wie soll man sagen Da muss man halt Missionen schaffen Und die Zombies Sind natürlich Viel stärker Glaube ich Oder Waren die stärker Als hier Ja doch Also in der Nacht Gibt es ja so Mutanten Zombies So richtige Mutanten Zombies Das ist Auch nochmal Eine Kategorie höher Da kommen sie Dann mit Keine Ahnung Was weiß ich Was ich im Video Schon gesehen habe So mit einer Mit so einem Riesen Hammer Oder so Keine Ahnung Auf jede Fälle Wird es heftig Dying Light Möchte ich dann halt Wie gesagt Multiplayer Koop Modus Den Koop Modus Let's playen Das wird auf jede Fälle Sehr interessant werden Dann unter anderem Emergency Und sie Ist ja schon draußen Glaube ich Wenn die Folge hier erscheint Ich glaube am selben Tag Entweder Oder Ja doch Am selben Tag Also Aber Denn Day Z Ist dann halt Das Video Danach Nach Emergency Was ich gebracht habe Das heißt Wo ihr jetzt hier das sieht Ist Emergency Let's play Folge Nummer Eins Davor Kurz davor Rausgekommen So bis jetzt Ist es hier irgendwie Nicht so ein guter Loot Aber gut Was wollen wir machen Ich möchte jetzt Keinen Server Ob nur der Loot des Servers Vielleicht hier Scheiße ist Ne Vor allem Let's playen Nicht Das gehört sich Einfach nicht Ja Emergency Ist also auch neu Jetzt auf dem Channel Dann wird in der Zukunft Wie gesagt Dying Light kommen Dann will ich noch GTA 5 Multiplayer machen Auf dem PC Die PC Version Die möchte ich auf jeden Fall Noch let's playen Dann Bin ich am überlegen Miscreated oder so Noch zu bringen Obwohl das dann zu viele Zombies Spiele glaube ich Wären Finde ich Weil Dying Light ist jetzt Eine besondere Andere Form Von Zombiespiel Finde ich Das ist jetzt noch Okay Ja Left 4 Dead Wird weitergeführt Die Kampagne durch Ich halt Und die Tür ist zu Das gefällt mir Irgendwie auch nicht Muss ich erstmal erkundigen hier Wollen wir auch nicht lange zögern Hier Erstmal Tür aufmachen Erstmal ein bisschen ausruhen Und reingehen Und reingehen Tür oben ist aber offen Tür hinten ist auch zu Ist hier was Gutes drin Sieht nicht so aus Können wir auch zu lassen So Hier Die Tür ist zu Okay Ich bin uns hier Weil alles offen war Außer diese Tür In hier Aber Scheint irgendwie Niemand hier zu sein Glaube ich Hoffe ich Oben Jetzt haben wir noch eine Chance Naja Alles clear hier Aber der Loot Ist echt Mager Tja Das war's denn auch Wieder mit der Mit dem Teil hier So Schau ich hier nochmal Kurz in Ruhe War aber glaube ich Überhaupt nichts Ne Unser Loot ist echt Nicht schön Wollen wir doch Mal die Tür hier Aufmachen Tja Tja Nichts 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 Sind sie nicht Nicht zu uns Was sollen wir machen Würde ich sagen Würde ich sagen Es ist eine kürzere Folge Und die zweite Folge Wird dann so ein Weg Kleiner Weg Von Balota Nach Kamenka Vielleicht dann noch ein bisschen hoch Zum Zur Militärbasis Also man sieht sich Und bis zur nächsten Folge Tschau No gunshots But they getting Low 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 Low